Bei meinem Bruder, Zivilay Mopukham, aus dem 9. Noch nicht mein Bruder, aber der hat am 9. gewohnt. Er hat Reifen gewechselt in 3 Minuten, wie Formel 1. Aber wieso ist der gestorben? Dungenkrebs, der war 50. Der ist damals als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen. Ich sehe immer noch seinen Sohn, der hat jetzt die Werkstatt übernommen. Es muss aber türkische Namen überhaupt. Ich weiß nicht, ob türkisch oder nicht, aber er kam aus der Türkei. Ich weiß nicht, ob türkisch oder arabisch ist. Es gibt eine Unterschiede. Soll ich jetzt. Ich weiß nicht, ob es jemand auf die Bruder stellt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es in der Türkei kommt. Jetzt probiere ich es. Wir müssen die Türkei kommen, die Türkei kommen. Wir müssen die Türkei kommen. warum die haben die immer so 20 folien um die dinge nicht mal noch so dass die diesen reifen klauen sondern dass in meinem viertel passiert ja das scheiß das nicht erwartet noch alles was kostet 20 euro ich würde meinen letzten arbeitslosen geld hergeben für diesen reifen wenn du mir sagst ich würde es dir geben ich würde dir meine letzte unterhose geben dafür ich habe immer angst dass das flugzeug hier abstört wie damals alter ich erinnere mich als wir damals im beschwerk waren papa die wertko kopieren erinnerst du kannst du noch so rote wir haben schön hier essen gemacht und so hat er mir gesagt zwei weg setzt sich hinter steuer ich bin hinter steuer gegangen und dann habe ich wusste nicht handbremsen was das habe ich daran gezogen und die standen davor ist auto losgefahren sind alle über die dings ganz essen runtergegangen aber so ist das ich verstehe nicht einfach warum leute nicht nett zueinander sind wegen geld oder wegen irgendwelche so materielle scheiße diese ganzen kriege und sowas die gemacht werden das wichtigste was zählt das ist freundschaft scheiße auf dieses geld bei mir reicht ein stück brot zum leben ich brauche nichts mir ist das wichtigste dass wir gesund sind dass wir zum beispiel unsere freundschaft haben auch wenn du mir ab und zu auf die eier gehst aber nicht sogar eigene mutter ist manchmal stresst oder so aber ich würde niemals irgendwie zu meiner mutter dumm machen oder so bis jetzt dann wegen einem reifen das ist doch und von aus der lupe bleibt nur dann nimmt doch wohnen mercedes was ich verstehe das nicht wir sind arme leute aber wir haben alles ja mann wir können alles besorgen das ist schon gut es gibt eine sache die mich richtig traurig macht der jobber nicht als mein opa gestorben ist 2011 nur mama ist nach beschwert geflogen und meinem opa ging es richtig schlechten diese vor dahin geflogen und dann als er gestorben ist ich habe nicht mehr mit ihm vorher telefoniert mama hat mich angerufen und sagte europa ist gestorben und so schwörst du ja und das fickt mich bis heute ich habe keine einzige träne verflossen nicht weil es mir egal war sondern ich konnte nicht weinen verstehst du ich war traurig aber ich habe nicht geweint das fickt mich bis heute вот это что-то понимаешь что твой близкий самый близкий человек умер и ты ist noch zur gorker und lass uns jetzt nicht kauerig sein Was meine ersten Worte waren, als wir 1995 nach Deutschland kamen, war ein, zwei, drei, Knabe und Mädchen. Aber Knabe, bis jetzt, weil Knabe. Mädchen ist bis jetzt geblieben. Bis jetzt. Bis zum nächsten Mal.